Ihr seht richtig, die Sunday Swap Decks ist live, momentan kann man Liquidität zur Verfügung stellen, man kann neue Pools erstellen und ab heute Abend 22.45 Uhr, also am 20. Januar 2022 kann man auch swappen, also kann man hier Coins, Tokens kaufen. Ich gehe mal ein bisschen runter, wir haben hier schon ein paar Pairs dabei, also Sunday zu ADA kann man mit ADA Sunday kaufen, dann kann man Liquid, WiFi und so weiter, World Mobile Token ist dabei, wenn wir uns mal anschauen, was hier beim Sunday ADA so ist, da haben wir im Moment einen Preis von 0,113 pro Sunday, also kostet ein Sunday in ADA, das können wir schon sehen. Das wird natürlich sich dann entsprechend ändern, heute, morgen, die nächsten Tage ist klar, das wird wahrscheinlich relativ volatil sein und ihr könnt diese Decks verwenden mit einer D-Up fähigen Wallet, das sind die im Moment nur Nami und Sissi Vault, dazu habe ich für beide ein Video gemacht auf meinem Kanal. Jora wird sicher auch bald kommen, die anderen folgen wahrscheinlich dann auch, Adalight und Co. Und es geht momentan, soweit ich weiss, noch nicht mit einem Ledger, weil dort fehlt noch die D-Up fähige oder die Smart Contract fähige App, die muss man noch installieren, die ist aber noch nicht vorhanden, also Ledger muss da noch liefern. Ihr könnt aber zum Beispiel, wenn ihr alles auf dem Ledger habt, könnt ihr zum Beispiel bei Nami oder Sissi Vault ein lokales Wallet haben, habt ihr bei Nami ja sowieso, dann sendet ihr dort die entsprechenden ADA hin, mit denen ihr dann tauschen wollt, tauscht das Ganze und sendet dann die Token, die ihr erworben habt, auf Sunday Swap wieder zurück entsprechend. Aber wenn ihr natürlich Liquidität zur Verfügung stellen wollt, geht das nicht direkt via Ledger. Gut, das geht dann sowieso in den Smart Contract, das bleibt ja nicht in eurer Wallet direkt, bekommt dann entsprechend einen Liquiditätstoken, mit dem könnt ihr Yield Farming machen und so weiter, aber die Details dazu, die werde ich dann euch später mal noch bekannt geben. Ja, dann viel Spass mit der DEX und wir schauen mal, wie es dann weitergeht und ja, macht es gut, bis dann, bye bye. Ja, dann viel Spass mit der DEX und wir schauen mal, wie es dann weitergeht und wir schauen mal, wie es dann weitergeht und wir schauen mal, wie es dann weitergeht.